Das Akkadion Haus der Wissenschaft und Weiterbildung ist eines der modernsten Tagungs- und Seminarzentren in Deutschland. Wir verbinden anspruchsvolle Architektur mit modernster Kommunikationstechnik. 78 Zimmer, 16 variable Veranstaltungsräume, darunter ein PC-Schulungsraum mit 12 vernetzten PC-Arbeitsplätzen und ein Hochseilgarten im Park bieten Ihnen den idealen Rahmen für Ihre Seminare, Tagungen, Konferenzen und Kongresse. Lassen Sie sich in unserem Restaurant, dem gemütlichen Gewölbekeller sowie der großen Terrasse mit 250 Plätzen von unseren Service-Mitarbeitern und unserem Küchenteam kulinarisch verwöhnen. Das Akkadion Landhotel Halden gehört seit Mai 2006 zum Akkadion und liegt direkt auf der gegenüberliegenden Straßenseite. Es bietet Ihnen 20 zusätzliche Zimmer sowie ein Restaurant, eine gemütliche Gaststube, einen exklusiven Weinkeller und eine Terrasse mit 50 Plätzen. Gerne kommt unser Catering und Party-Service auch zu Ihnen. Wir erstellen und liefern Ihnen themenspezifische Buffets mit den dazugehörigen Rahmenprogrammen. Unser Party-Trailer ist ideal für Betriebsfeste, Weihnachtsmärkte, Geburtstagsfeiern, Sportveranstaltungen sowie private Feiern. Das Akkadion – Einnahme, viele Möglichkeiten. Wir freuen uns auf Sie! Vielen Dank.